Ich heiße euch herzlich willkommen zu dem zweiten Termin in unserer öffentlichen Ringvorlesung zum Abpflastern. Ich möchte heute reden über demokratische Prozessgestaltung. Mein Name ist Lars Hochmann. Ich habe an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung eine Professur für Transformation und Unternehmung. Bin vom Fach her Betriebswirt, habe mich dort habilitiert, promoviert und das irgendwann nochmal studiert. Wenn wir hinterher in die Diskussion gehen, dann gerne auch per Du. Also moin, mein Name ist Lars. Reden möchte ich heute zu der Frage, wie gestalten wir eigentlich Prozesse? Wie gestalten wir Veränderungsprozesse in Gesellschaften? Und da stellt sich regelmäßig die Frage, wo beginnen solche Prozesse eigentlich und wo enden solche Prozesse? Was passiert in der Mitte? Also wo genau beginnen wir eigentlich, wenn wir versuchen wollen, Veränderungsprozesse in der Gesellschaft, Transformationen in der Gesellschaft zu bewirken? Solche Fragen sind als abstrakte Fragen, als theoretische Fragen hinreichend geklärt. Wir haben in den Fachdebatten dazu hinreichend Antworten gefunden, wie solche Probleme auf eine abstrakte Art und Weise gelöst werden können. Wenn wir also versuchen wollen, Prozesse zu gestalten, dann ist das aus einer Vogelperspektive in der Regel ausgesprochen einfach. Das ist wie bei so einem Labyrinth, wo dann die Aufgabe ist, sich den Weg durch ein solches zu finden. Dann muss man dort einmal genau hinschauen und findet dann so einen Weg. Und wer jetzt genau hinschaut, wird auch feststellen, es gibt noch einen zweiten Ausweg aus dem Labyrinth. Aber grundsätzlich ist aus so einer Vogelperspektive die Lösung eines Labyrinths eine vergleichsweise einfache Angelegenheit. Das Problem ist nun, wenn wir die Betroffenen selbst in den Blick nehmen, dann stellt sich dort das Problem, einen Ausweg aus einem Labyrinth zu finden, wie folgt da. Langer Gang und am Ende ist dunkel. Für Akteurinnen und Akteure selbst sind deswegen abstrakte Hinweise zur Lösung von sehr komplexen gesellschaftlichen Problemen. Denen ist nicht wirklich damit geholfen, wenn man ihnen sagt geradeaus und dann dritte links und dann immer der Nase nach, weil das gar nicht ihrer Lebenswirklichkeit entspricht. Aus ihrer Perspektive, wie in diesem Labyrinth, sieht das Problem nämlich ganz anders aus. Ein langer Gang und am Ende ist es dunkel. Was deswegen für Prozessgestaltungen fundamental wichtig ist, ist, dass wir anerkennen, dass Menschen in ihren jeweiligen Lebensrealitäten verankert sind und ausgehen davon, wo sie stehen und wie sie stehen, mit bestimmten Perspektiven auf diese Welt blicken. In der Wissenschaft haben wir dafür unterschiedliche Erkenntnistheorien, die nennen wir dann Epistemologien, das heißt Überlegungen darüber, wie überhaupt Erkenntnis stattfindet, wie wir überhaupt diese Welt wahrnehmen. Und eine sehr populäre, eine sehr weit verbreitete Erkenntnistheorie ist gerade für den Kontext, wie gestalten wir Veränderungsprozesse in der Gesellschaft, besonders relevant. Und zwar handelt es sich dabei um den sogenannten Konstruktivismus. Kompliziertes Wort meint im Grunde aber einen recht einfachen Zusammenhang. Es gibt da in der Literatur immer wieder ein Bild, das bemüht wird, eine Metapher, die verwendet wird, um klarzumachen, worum es beim Konstruktivismus geht. Und zwar ist dort die Rede von blinden Mönchen, die an einem Elefanten herumfummeln. Und dann gibt es dort einen, der ist dort am Bein von diesem Elefanten und tastet an diesem Elefanten und sagt, ja, ich nehme hier was Rundes wahr, es ist irgendwie fest, es könnte sich dabei um eine Säule handeln. Worauf er dann gleich Widerspruch erfährt von links, dort ruft ihm einer zu, ja, du, hier bei mir ist das aber eher eine, also rund kann ich ja mitgehen, aber Säule, so zylindrisch ist das nicht wirklich. Ich glaube, wir haben es hier eher mit einer Kugel zu tun. Woraufhin dann einer, der sehr genau tastet, dass das irgendwie was Seilartiges ist, aber aus welchen Gründen auch immer ein Problem damit hat, Schein und Sein über einzubekommen, behauptet einfach, ach Jungs, das ist ein Berg mit dem, was wir hier zu tun haben. Und erstaunlicherweise bekommt er direkt Zuspruch von einem weiteren Mönch, der da den Rücken von diesem Elefanten hochkraxelt, der auch fühlt, ja, es ist irgendwie hart, es geht bergauf, also Berg, das könnte durchaus sein, was der Kollege da unten rechts gesagt hat. Woraufhin dann von links unten einer, der am Ohr vom Elefanten fühlt und merkt, ach, das ist aber eher tuchartig, ne, und er trägt das kaum, wie dort in unterschiedliche Richtungen aus seiner Perspektive totaler Unsinn erzählt wird, hat schon Schaum vom Mund und ruft nur, ja, absolut nicht mehr alle, das ist ein Segel mit dem, was hier zu tun haben, worauf es dann versöhnlich aus der anderen Ecke des Raumes klingt, ach, Jungs, streitet euch nicht, Segel, da sind wir schon irgendwie im richtigen Film, also Boot meinetwegen, aber das ist irgendwie, ja, wie so ein Tau, wie so ein Seil, was ich hier fühle und dann meldet sich der Nächste, der an den Stoßzähnen fühlt, sagt so, ja, also schmal wie ein Seil meinetwegen, aber es ist sehr hart, es ist spitz, da könnte man astreine Schuhlöffel irgendwie draus schnitzen und überall ist immer auch irgendjemand, der sagt, ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet, da ist ja gar nichts. Mit diesem Bild ist ein Sinnbild dafür geschaffen, wie wir Menschen die Welt wahrnehmen, nämlich notwendigerweise durch unsere eigenen Sinne. Notwendigerweise ist unsere Wahrnehmung abhängig davon, wo in der Welt wir stehen, mit welchen Sinnen, auf welche Art und Weise wir die Welt wahrnehmen, ob wir sie tasten, ob wir sie sehen, ob wir sie hören, ob wir an diesem Elefanten rumlecken oder wie auch immer, in welche Richtung wir dabei gucken, wie wir auch davon betroffen sind und natürlich auch die Frage, spielen da Interessen noch eine Rolle? Habe ich vielleicht Verwertungsinteressen wie der Mönch da in der Mitte mit dem Dollarzeichen auf den Augen? Mit dem Konstruktivismus ist also der Blick dafür geöffnet, dass unsere Wahrnehmungsweisen nicht objektiv sind im Sinne von Beobachter unabhängig, dass wir natürlich Methoden einsetzen können, um dort Nachvollziehbarkeit zu schaffen, aber dass wir notwendigerweise die Welt wahrnehmen durch unsere eigenen Augen, durch unsere eigenen Ohren, durch unsere eigenen Hände, mit denen wir etwas tasten und so weiter und so fort. Diese Mönche, die dort an diesem Elefanten herumtasten, können jetzt nur aneinander vorbeireden, wenn sie alle darauf insistieren, dass sie Recht haben und alle anderen nicht, dass sie auf ihrem Standpunkt bleiben und im permanenten Modus des reinen Sendens unterwegs sind. Das heißt, diese Situation lässt sich nicht objektiv auflösen. Auch unsere Perspektive, die wir jetzt gerade einnehmen, wo wir auf den Elefanten draufblicken und dann vielleicht uns ins Fäustchen lachen und Trottel ist doch ein Elefant, ist doch klar. Diese Perspektive gibt es in der wirklichen Welt nicht. Das ist an der Stelle die Grenze der Metapher. In der wirklichen Welt ist unsere Perspektive, die wir jetzt gerade einnehmen, nur ein weiterer Mönch, der in diesem Raum ist und von seiner eigenen Wahrnehmung der Szenerie berichtet. Diese Mönche können jetzt nicht als eine Gruppe agieren. Sie können nicht zu einer gemeinsamen Deutung der Situation gelangen, wenn sie alle auf ihrem Standpunkt weiter insistieren und nicht beginnen, miteinander in Dialog zu treten. Die einzige Möglichkeit, die diese Mönche dort haben, ist, dass sie anfangen, ihren eigenen Standpunkt zumindest mal kurzzeitig als einen Standpunkt zu begreifen, dass sie also verstehen, dass sie gerade nicht die Welt wahrnehmen, sondern einen Teil der Welt wahrnehmen und dass sie diesen Teil der Welt eben nicht für diese Welt halten. Also ein Bein des Elefantens nicht für den Elefanten schlechthin irgendwie halten und deswegen meine es seine Säule. Die einzige Möglichkeit besteht hier also darin, dass sie anfangen, miteinander zu reden. Dass sie anfangen, miteinander zu reden, nicht umeinander zu beherrschen, nicht umeinander wechselseitig ihre Deutung aufzuzwingen, dass der an der Säule, die mit dem Schuhlöffel nur gut genug eintrichtert, dass es das doch kein Schuhlöffel, sondern eindeutig eine Säule ist, sondern dass die miteinander reden, um einander zu verstehen. Das bedeutet, dass sie mal herumlaufen müssen und mal anerkennen müssen, okay, Moment, also wenn ich meine Perspektive verändere, wenn ich woanders hinlaufe, ja dann nehme ich auch auf einmal was ganz anderes. Und du hast recht, wenn ich hier mal eben um diesen Elefanten herumlaufe oder um diesen Gegenstand, von dem wir erstmal noch gar nicht wissen, was es ist, irgendwie herumlaufen, dann stelle ich fest, ja, hast recht, aus deiner Perspektive scheint das so zu sein. Aber komm doch mal mit zu mir, wie das bei mir aussieht, ja. Und wo es dann also darum geht, einander, miteinander zu reden, um einander verstehen zu lernen. Bei gesellschaftlichen Transformationen geht es jetzt nur in Ausnahmefällen um irgendwelche Elefanten, die in irgendwelchen Räumen herumstehen und die wir als Elefanten irgendwie erkennen müssen. Aber die sprichwörtlichen Elefanten im Raum, die haben wir in jedem, ausnahmslos, in jedem gesellschaftlichen Transformationsprozess. Und unabhängig davon, abhängig davon, welche Menschen wie in solchen Transformationsprozessen beteiligt sind, haben sie ganz eigene Deutungen, ganz eigene Realitäten, in denen sie leben. Deswegen heißt diese Erkenntnistheorie Konstruktivismus, weil sie davon ausgeht, dass Menschen sich ein Bild der Welt konstruieren. Das heißt, sie nehmen die Welt aus ihrer Perspektive wahr und konstruieren ein Bild, das für sie schlüssig ist. Heißt, all diese Mönche leben in derselben Wirklichkeit, aber in unterschiedlichen Realitäten. Und genauso leben wir als gesellschaftliche Wesen, zwar auf demselben Planeten, aber in unterschiedlichen Realitäten. Weil wir unterschiedlich von manchen Dingen abhängig sind, unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, auf unterschiedliche Art und Weise diese Welt ausdeuten. Das kennt ihr mit Sicherheit, wenn ihr mit einer Ärztin oder einem Arzt irgendwie durch den öffentlichen Raum geht und die erzählt euch von irgendwelchen Krankheiten, die Menschen neben euch haben. Ihr habt auch diese Menschen gesehen, aber nicht die Symptome. Oder dann nehmt ihr noch eine Historikerin mit, die erzählt euch was über die über die die Gewordenheit dieser Situation und über die Architektur und und was das alles Annotuk irgendwo mal bedeutet hat und und und. Also ihr seht das gleiche Haus, aber ihr deutet es ganz anders aus. Ihr nehmt es gar nicht wahr als solches. Oder da kommt noch ein Jurist mit dazu, der dann wieder irgendwelche Regelverletzungen oder so etwas benennen kann. Also abhängig davon, was wir erlebt haben in unserer Welt, abhängig davon, was wir, welche Bücher wir gelesen haben, welche Seminare wir vielleicht in der Hochschule belegt haben oder welche Ausbildungen wir genossen haben oder wo wir vielleicht auch leidvolle Erfahrungen gemacht haben, nehmen wir die Welt anders wahr. Wenn wir also Prozesse gestalten wollen, müssen wir anerkennen, dass abhängig davon, wie die Betroffenheit ist, Menschen, die Welt und damit eben auch dann das, was da transformiert werden soll, anders wahrnehmen. Kinder nehmen den öffentlichen Raum anders wahr als Erwachsene. Menschen, die einen Kinderwagen vor sich her schieben, nehmen den öffentlichen Raum anders wahr als jemand, der mit dem Fahrrad durch diesen öffentlichen Raum fährt. Jemand, der nicht sehen kann, nimmt den öffentlichen Raum nochmal wieder anders wahr. Und auf diese Art und Weise entstehen unterschiedliche Konstruktionen von dieser Realität. Und jetzt ist die Frage, wie können wir Prozesse gestalten, in denen wir nicht den Clash machen? Der Clash hieße ja genau wie jetzt hier die Mönche. Alle bleiben bei ihrer Deutung und alle insistieren darauf, dass ihre Deutung die Wahrheit ist. Und was sich am Ende dann bewegt, ist ungefähr gar nichts, beziehungsweise wir landen in einer Welt, die dann so Clint Eastwood mäßig, der mit der dicksten Knarre macht, macht die Regeln. Und das kann ja nicht ernsthaft unser Anspruch sein. Wenn wir das demokratisch machen wollen, müssen wir also Verständigungsprozesse organisieren. Und aus der Transformationsforschung wissen wir, dass Verständigung, Verständigung heißt nicht Konsens, Verständigung heißt nicht, wir haben hinterher alle eine Meinung, Verständigung, sondern Verständigung heißt, wir haben uns wechselseitig verstanden. Verständigung untereinander setzt Verständnis füreinander voraus. Und wir wissen aus der Transformationsforschung oder wir können aus der Transformationsforschung wissen, dass solche Verständigungen vor allen Dingen dann funktionieren, wenn wir Betroffene beteiligen. Und wenn wir einen hinreichend gemeinsamen Informationsstand erreichen und dass wir auch sicherstellen, dass alle die Zeit hatten und auch die Kapazitäten hatten, wirklich auch zu verstehen, was es mit diesen Informationen auf sich hat. Zudem, dass ihnen gemeinsam klar ist, dass diese Transformation, die da ansteht, also beispielsweise wie ein öffentlicher Raum umgestaltet wird, dass das nichts ist, was im Alleingang passieren kann. Kann schon, dann haben wir allenfalls ein Demokratieproblem. Wenn wir es wirklich gemeinsam machen wollen, müssen wir uns auch klar machen, dass wir gemeinsam zu einer Lösung kommen müssen. Und da geht es nicht um die Frage nach Wahrheit. Es geht nicht um die Frage, was kann ich wissen mit Immanuel Kant, sondern es geht um die Frage, was soll ich tun? Es geht um Gestaltungsfragen. Gestaltungsfragen sind immer die Wie-Fragen. Naja, wie machen wir das? Wie geht das? Wie könnte es noch sein? Das sind alles Gestaltungsfragen. Und wenn wir an solche Gestaltungsfragen ran wollen, dann ist irgendwie auch klar, das kriegen wir nur hin, wenn es irgendwie gemeinsam gelingt. Dafür wiederum ist dann eine überparteiliche Moderation wichtig. Das heißt, eine Person oder mehrere Personen, die einen solchen Prozess halten. Das heißt, wir unterscheiden zwischen den Prozessen auf der einen Seite und den Inhalten dieses Prozesses auf der anderen Seite. Und diesen Prozess, den wollen wir demokratisch gestalten und welche Inhalte dann damit verbunden sind, das ist etwas, was Ergebnis des Prozesses ist, was insoweit nicht vorweggenommen werden kann. Wichtig, damit dort auch wirklich gut gearbeitet werden kann, ist eben, dass es einen wertschätzenden Austausch gibt, dass es einen wohlwollenden Austausch gibt. Das heißt, gerade dort, wo unterschiedliche Deutungen aufeinandertreffen, wo also auch vielleicht Weltbilder aufeinandertreffen, ist es wichtig, dass wir erst mal vom Besten ausgehen und einander wirklich verstehen wollen und nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen. Das ist etwas, da könnt ihr euch auch, wenn ihr das möchtet, selber drin trainieren. Das ist nämlich ausgesprochen einfach, sich daran zu ertappen, wie man dem selber nicht gerecht wird. Also, wenn ihr in einem Gespräch zum Beispiel seid und ihr stellt fest, euer Gegenüber redet noch und ihr seid schon dabei, die Antwort zu formulieren. Passiert mir selber auch viel zu oft. Und dann ertappe ich mich dabei und sage mir, Moment, ich bin gerade überhaupt nicht in dem Gespräch. Ich höre gerade gar nicht zu, um zu verstehen, sondern ich höre zu, um zu antworten. Und da rauszukommen und zu sagen, nee, ich höre jetzt wirklich, ich bin jetzt mal komplett bei meinem Gegenüber und höre da mal zu und dann kann ich mir immer noch die Zeit nehmen, zu überlegen, wie ich darauf antworten möchte. Ja, aber da könnt ihr das, finde ich zumindest, sehr schön dran an euch selbst auch ausprobieren, inwieweit ihr dazu in der Lage seid, Menschen erst mal zuzuhören, sie ausreden zu lassen und sie wirklich verstehen zu wollen. Wirklich im ganz sokratischen Sinn erst mal verstehen wollen, was beim Gegenüber los ist. Und wenn man dann es noch hinbekommt, dass ein solcher Prozess so gestaltet ist, dass lösungsorientiert gearbeitet werden kann. Das heißt, dass wir nicht in erster Linie darüber reden, was, warum, wie alles nicht geht und doof ist und so weiter, sondern es darum geht, ja, wie kann es denn gelingen? Gestaltungsfrage, wie geht das? Die Wie-Frage, das ist das Spannende. Wie geht das? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir das organisieren? Wenn wir da wirklich lösungsorientiert arbeiten können und diese anderen Punkte erreicht sind, dann ist da sehr, sehr viel gewonnen. Das bedeutet für all die Menschen, die sich in Prozessgestaltung üben möchten, relativ einfache, die relativ einfache Maxime, dass es nicht darum geht, dass man für die Ergebnisse verantwortlich ist, sondern es geht erst mal darum, Kontexte zu schaffen. Kontexte, in denen Ergebnisse erarbeitet werden können, aber man ist nicht verantwortlich für die Ergebnisse selbst. Und das ist etwas, was bei uns an der Hochschule zum Beispiel haben wir einen eigenen Studienschwerpunkt, der sich mit genau dieser Frage beschäftigt. Wie können wir Menschen befähigen, solche Kontexte zu schaffen? Und dafür nutzen wir ein Schema, das ist eine Weiterentwicklung von einer Idee von Gustav Bergmann, der einen Veränderungsprozess immer in drei große Einheiten unterteilt. in einen Diagnoseteil, in einen daraus abgeleiteten Therapieteil und dann in einen Reflektionsteil. Und Gustav hat in einem ganz wunderbar und sehr lesenswerten Buch die Kunst des Gelingens, auch schon zehn Jahre alt, aber nach wie vor sehr empfehlenswert, sowohl inhaltlich, also da ist nichts in irgendeiner Weise schlecht gealtert, unbedingte Lektüreempfehlung, hat Gustav in diesem Buch ein Schema, also diese drei Stufen in einem Schema von acht einzelnen Phasen unterteilt. Und zwar handelt es sich dabei um ein zyklisches Modell. Das heißt, es geht darum, Prozesse, Prozesse immer wieder erneut, also reflexiv zu halten, nach dem Spiel, ist vor dem Spiel und so weiter. Es geht hier also um ein Schema, das immer aus öffnenden und schließenden Phasen besteht, öffnenden und schließenden Phasen. Und in einer ersten Phase ist es so, dass Prozessgestaltung damit beginnt, diese unterschiedlichen Realitäten, die unterschiedlichen Mönche, die da an diesem Elefanten im Raum herumfummeln, in der wirklichen Welt sind das dann keine Mönche, die an einem Elefanten herumfummeln, sondern unterschiedliche Neudeutsch-Stakeholderinnen und Stakeholder, unterschiedliche Betroffene in einem Veränderungsprozess, die ihre ganz eigenen Deutungen haben. Und jetzt fangen wir an und suchen da zunächst mal, reden mit diesen Menschen, versuchen zu verstehen, in welcher Welt leben diese Menschen eigentlich? Wie ist die Lebenswelt von diesen Menschen eingerichtet? Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Welche Bilder und Narrative benutzen diese Menschen, wie erzählen sie die Geschichte von diesem Elefanten im Raum, was auch immer das dann ist, je nach Veränderungsprozess? Da geht es also darum, wie die Beteiligten die Geschichte des Gegenstands im Alltag erzählen. Ganz wichtig. Das sind immer alltägliche, alltägliche Situationen. In dieser Phase geht es vor allen Dingen um aktives Zuhören. Es geht darum, Fragen zu stellen. Und es geht darum, die Widersprüche der Gesellschaft im Blick zu behalten. Aus diesen unterschiedlichen Realitäten ergeben sich dann, ergibt sich dann so eine Art Big Picture. Irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo man das Gefühl hat, hey, das habe ich schon mal gehört. Mensch, da ist ein Muster oder da ist jetzt gerade ein Widerspruch. Person X hat das so erzählt, Person Y erzählt es andersherum. Da muss ich nochmal nachbohren. Das heißt, in so einer zweiten Phase geht es darum, die Widersprüche und aber auch die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Es geht darum, eine viable, eine gangbare, eine gemeinsame oder zumindest sich in Teilen überlappende Konstruktion dieser sozialen Realitäten zu organisieren, um dann eine Diagnose für die Ursache des Problems zu stellen. Wenn wir mit Menschen reden in Veränderungsprozessen und sie fragen, was ist denn das Problem, dann kriegen wir immer nur das, was auf der Vorderbühne passiert. Das sind immer nur die Symptome. Die eigentlich tiefer liegenden Probleme, an die müssen wir rankommen und dafür müssen wir mit den Menschen reden, müssen Fragen stellen, müssen zuhören, müssen so lange fragen, bis unserem Gegenüber selber was klar wird, also sokratisch gedacht. Müssen wir zugleich kompetent darin werden, nicht nur zu hören, was gesagt wird, sondern auch so zu fragen, dass wir hören können, was nicht gesagt wird, welche Themen systematisch ausgespart werden. Wenn sich dann so ein Big Picture langsam abzeichnet und ihr das Gefühl habt, Mensch, ich beginne zu verstehen, was da passiert, dann geht es daran zu schauen, welche Potenziale denn jetzt eigentlich da sind. Das heißt, es geht darum, in einem gemeinsamen Workshop mal zusammenzukommen. Das heißt, Stakeholderinnen und Stakeholder einzubeziehen, Betroffene zu beteiligen. Es geht darum, zu klären, was diesen Menschen im Leben eigentlich wichtig ist. Und im Leben wichtig muss man dann kontextspezifisch konkretisieren. Also geht es um Mobilität, geht es um Ernährung, geht es um Wohnen, geht es um Bildung, geht es um Gesundheit und so weiter und so fort. Also was genau ist ihnen da eigentlich wichtig? Da kommen wir also dann in Workshops zusammen. Und der Fokus von diesen Workshops liegt dann eben auf vorhandenen Ressourcen. Es geht um Prioritäten, welche Bedürfnisse sind da, welche besonderen Fähigkeiten sind aber vielleicht auch im Raum. In einem vierten Schritt beginnen wir dann, eine systemische Intervention zu strukturieren. Hier geht es also nicht um ein Coaching oder ein Training, also eine Eins-zu-eins-Situation, also das wäre ein Training, sondern es geht um eine systemische Intervention, die also auf einer strukturellen Ebene stattfindet. Es geht darum, die Gewohnheiten und die Gepflogenheiten zu irritieren. Wir wollen ja Transformation. Das heißt, wir wollen, dass irgendetwas anders ist, als es vorher gewesen ist. Dafür müssen wir Gewohnheiten und Gepflogenheiten irritieren. Und das versuchen wir mit einer gemeinsam erarbeiteten systemischen Intervention. Wenn wir die vorstrukturiert haben, uns also einen Plan gemacht haben davon, dann beginnen wir, diesen Wandel anzustoßen. Und da ist wieder wichtig, sich selbst zu vergegenwärtigen. Wenn ich für den Prozess verantwortlich bin, dann bin ich für den Prozess verantwortlich und ich bin nicht für den Inhalt verantwortlich. Das heißt, ich beginne dann, diese Veränderungen zu veranlassen. Ich helfe den Betroffenen, Barrieren abzubauen, damit sie neue Gewohnheiten und Gepflogenheiten einüben können. Das ist schwierig. Das kann jeder nachvollziehen, der zwar mit Messer und Gabel essen kann und auch verstanden hat, wie das funktioniert, aber dann Messer und Gabel mal von der rechten in die linke Hand und umgekehrt zu wechseln, da stellt ihr relativ schnell fest, wie schwierig es ist, mit Gewohnheiten zu brechen. Also das braucht einfach Übung. Und wenn man einen solchen Übungsraum schafft und den direkt auch als einen Übungsraum framed bezeichnet, bekommt das Ganze so ein etwas spielerisches Moment. Ein Moment, in dem es total okay ist, auch mal Fehler zu machen. In dem es total okay ist, auch mal nicht perfekt zu sein. Auch mal nochmal von vorne anzufangen. Oder, oder, oder. Wo also mit so einem gewissen Humor und einer Leichtigkeit gelernt werden kann. Hier geht es dann also darum, in so ein New Normal, wie es halt Corona so schön heißt, irgendwie reinzukommen. Also neue Gewohnheiten, neue Geflogenheiten sich einzuüben. Irgendwann stellt sich dann da so ein Flow ein. Also es fängt wieder an zu funktionieren. Die systemische Intervention, die hat erstmal Chaos verursacht und dann ruckelt sich das ein und da entsteht irgendwie so was Neues. Und jetzt wird es spannend, diese Veränderungen in einem sechsten Schritt, diese Veränderungen beobachten wir jetzt. Und da schauen wir, wo finden wir in diesen Veränderungen Muster. Muster in der Art und Weise, wie kulturspezifisch mit dieser systemischen Intervention umgegangen wird. Das heißt, auf einmal entstehen kulturspezifische Bewältigungsstrategien. So eine ganz spezielle Art und Weise, wie mit dieser Intervention, mit diesem Schockmoment umgegangen wird. Und das wiederum ist etwas, was den Akteuren und Akteuren ganz leicht von der Hand geht. Weil es irgendwie andockt an bestehende Kompetenzen. Hier geht es dann darum, Widerstände nochmal ganz sanft zu lösen, Ängste ernst zu nehmen und das Team dann wirklich in so einen ganz neuen Flow irgendwie reinzubringen. Und in einem siebten Schritt fangen wir dann an, diese Muster, die wir da beobachtet haben, die zu institutionalisieren. Das heißt, wir institutionalisieren nicht die systemische Intervention, die wir uns vorher abstrakt in einem gemeinsamen Workshop ausgedacht haben, ohne zu wissen, ob sie funktioniert, sondern wir planen gemeinsam eine Intervention, führen sie durch, gucken dann, wie wird darauf reagiert. Und diese kulturspezifischen Bewältigungsstrategien, das heißt, die entstehenden neuen Praktiken, die fangen wir an zu institutionalisieren. Da geht es dann also wirklich darum zu schauen, was geht den Menschen leicht von der Hand und wie können wir es zukünftig wahrscheinlicher machen, dass diese neue Praxis stabil bleibt, auch dann, wenn die Prozessgestalterinnen und Prozessgestalter aus einem solchen Projektkontext hinausgehen. Das heißt, die Frage danach auch, wie Befähigung der Betroffenen stattfinden kann, dass sie weiter in diesem Modus verbleiben. Zu guter Letzt, und das ist ausgesprochen wichtig, geht es darum, einen guten Abschluss zu finden. Einen guten Abschluss für alle Beteiligten. Das heißt, Klärung von letzten offenen Fragen. Manchmal ist da ja noch sowas, das brennt unter den Nägeln, das muss dann nochmal schnell gesagt werden und das soll dann auch gesagt werden, damit auch alle wirklich das für sich zu einem guten Abschluss bringen können. Und es geht darum, so eine sportliche Haltung auch aufrecht zu erhalten und zugleich Feedback zu geben, was lief gut, was lief nicht so gut, Wertschätzung auszudrücken für die erzielten Erfolge und natürlich auch, sich für das Erreichte auch einander nicht nur zu freuen, sondern das auch ganz explizit zu feiern. Und das beinhaltet, sich nicht gleich ins nächste Abenteuer zu stürzen, sondern das auch einen Moment sacken zu lassen, im Wissen darum, dass das jetzt ein bisschen Zeit braucht, um das zu lernen. Fahrradfahren hat man ja auch nicht an einem Wochenende gelernt, sondern das sind ja alles Dinge, die muss man dann immer wieder üben und trainieren und trainieren und trainieren. Da kann man damit aber auch gut werden. Das ist bei sämtlichen Kulturtechniken der Fall. Lesen, Schreiben, Pizza backen, was auch immer. Niemand kommt auf die Welt und kann das, aber wir können das lernen und das braucht Zeit und das braucht die entsprechenden Räume. Und solche Räume zu gestalten, in denen Menschen lernen können, anders zu leben, sich anders zu versorgen mit Nahrungsmitteln, auf eine andere Art und Weise zu wohnen, auf eine andere Art und Weise mobil zu sein, solche Räume zu gestalten. Das ist das, was wir an der Hochschule Institutionsgestaltung nennen. Das braucht dann Prozessgestaltung. Und wenn ihr Lust habt, da einmal näher einzutauchen, was wir da in diesem Studiengang eigentlich machen und wie auf diese Art und Weise selbst solche Institutionen, die wirken, als wären sie eingefroren. Wie wir die doch wieder hinbekommen, dass das gestaltbar wird, dann sei euch die Website www.gelinksgeschichten.de empfohlen. Dort findet ihr auf der Startseite, ansonsten in die Suche eingeben, einen Beitrag mit genau diesem Eisbild als Anzeigenbild, wo ich ein Interview führe mit einem Masterstudenten, der einmal darauf reflektiert, was genau er da eigentlich tut. Was dieses Handwerk der Prozessgestaltung eigentlich bedeutet. Und es ist meine tiefe Überzeugung, dass wir Prozessgestalterinnen und Prozessgestalter, dass wir diese Kompetenzen heute mehr denn je brauchen, um gesellschaftliche Transformationsprozesse nicht nur per Law and Order auf den Weg zu bringen. Das sieht ohnehin gerade nicht so aus, als würden die großen Durchbrüche auf dieser Ebene kommen. Und auch nicht nur irgendwo graswurzelartig in der Nische zu verbleiben, sondern wirklich im Sinne einer demokratischen Wiederbelebung der Gesellschaft auch zu schauen, wie können wir da gemeinsam aufbrechen und gemeinsam uns um das kümmern, was uns ja alle betrifft, nämlich die Frage, wie wir eigentlich leben wollen, dort wo wir leben. Ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit einerseits, für eure Gestaltungslust andererseits. Wenn ihr gerne weiterdenken wollt, können wir das gerne auf LinkedIn tun. Ansonsten behaltet hfgg.de slash abpflastern im Blick. Dort gibt es alle weiteren Informationen zu unserer Initiative und auch darüber hinaus zu den Bildungsanliegen, die wir damit verfolgen. Für den Moment wünsche ich euch nicht nur einen schönen Tag, sondern vor allen Dingen einen schönen Feierabend. Und wenn euch gefällt, was wir tun, dann schaut gerne auch mal auf unsere Online-Foundation vorbei, because.com slash Gesellschaftsgestaltung und hinterlasst uns da vielleicht ein Kaffee oder auch zwei. Und jetzt freue ich mich auf die gemeinsame Diskussion.